Mein Name ist Daniel, ich bin 38 Jahre alt, bin verantwortlich heute für den Verbund Südwest, das heißt für Mannheim, das Saarland und Stuttgart als Leiter After Sales. Ich habe im Jahre 2000 begonnen, also bin jetzt knapp 19 Jahre dabei. In After Sales denkt man immer, ach die schmutzigen Werkstätten irgendwo in der letzten Ecke. Nee, die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile wird da viel über Technik gesprochen, viel über Neues gesprochen und wir sind immer wieder dabei, gerade wenn es um Services geht, um es neu zu erfinden, um neue Sachen zu machen und einfach für die Zukunft aufzustellen. Wir haben eine Zukunft vor uns, die uns weit entwickeln wird, uns weit nach vorne bringen wird, aber die uns auch revolutioniert, gerade im After Sales Geschäft, was entsprechend auf uns zukommen wird. Und wenn wir immer mit einem Lachen nach vorne gehen, egal ob es an unsere Mitarbeiter geht oder an unsere Kunden geht, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg und machen es auch genau richtig, um nach vorne zu kommen.